Das Auto ist ja nach der Miete eins der größten Geldfresser. Leider ist es aber für viele aus verschiedenen Gründen unabdingbar, ein Auto zu besitzen. Das heißt jetzt, in diesem Video geht es gar nicht darum, einfach nur zu sagen, verkauf dein Auto, fahr nicht mehr Auto und fahr Fahrrad oder Lauf, sondern es geht darum, den Menschen zu helfen, die eben ein Auto brauchen, die es auch haben und die aber einfach mobil sparsam sein möchten. Ja, wenn du also ein Auto hast und es natürlich dementsprechend nutzt, dann habe ich jetzt für dich meine fünf Tipps bzw. Reminder, wo du an der einen oder anderen Ecke vielleicht Geld sparen kannst. Wahrscheinlich weißt du das meiste schon selbst. Mal sehen, ob ich dir da neue Impulse bieten kann. Punkt Nummer eins ist natürlich selbsterklärend. Das gilt für alle Ausgaben. Je kleiner, desto besser, desto günstiger. Also genauso wie beim Haus, bei einer Wohnung, je kleiner sie ist, desto weniger Miete zahlst du ja, desto weniger Reparaturkosten hast du ja. Und beim Auto ist es wirklich genau dasselbe. Also es geht ja schon los bei den Anschaffungskosten. Ein kleineres Auto kostet weniger. Du hast weniger Versicherung, weniger Spritkosten, weniger Steuern, weniger Reparaturen. Also es kostet alles weniger. Ich meine, wenn man es mal genau nimmt, selbst das Öl, das man mal wechseln muss bzw. vielleicht auffüllen, davon braucht es auch weniger. Eine Sache, die man sich mal durch den Kopf gehen lassen könnte, wenn man die Kosten ganz genau kalkulieren will, ist ein sogenanntes Auto-Abo. Ich selbst habe es nicht, aber ich muss sagen, Auto-Abos sind ja jetzt neben Leasing-Verträgen die neue Form, wie Autohersteller und auch andere Firmen eben solche Dinge anbieten. Ein Auto-Abo, da gibt es verschiedene Vergleichsportale auch im Internet, könntest du mal gucken. Also ich habe mal geguckt, es gibt schon so einen Kleinwagen, ich weiß jetzt gar nicht, was das war, irgendein kleiner Fiat oder Smart. Das würde dich dann im Monat ungefähr 260 Euro kosten. Da ist dann wirklich aber alles drin. Also es ist tatsächlich die Versicherung drin, der Service, die Achtfachbereifung. Also es ist eigentlich außer Sprit ist da wirklich alles mit enthalten, hat immer eine bestimmte Freikilometeranzahl, da solltest du auf jeden Fall drauf achten. Aber ich muss sagen, ich finde es eine gute Alternative für Leute, die eben ja auch sparsam mit der Zeit vielleicht umgehen wollen, die sagen, ja, ich habe gar keine Lust, mich da immer irgendwie zu kümmern und neue Verträge, neue Versicherungen mir auszusuchen und so weiter. Also das könnte eine Sache sein. Ob sich das dann wirklich lohnt, das muss jeder dann selbst gegenrechnen. Aber wenn du auf jeden Fall deine Kosten, die monatliche Ausgabe im Blick haben möchtest und da keinen Cent drüber oder drunter liegen möchtest, dann ist ein Auto-Abo vielleicht eine Sache, an die du mal denken könntest. Ja, und ein großer, immer wiederkehrender Geldfresser ist ja beim Auto das Tanken. Und ja, leider müssen wir tanken. Und wenn man jetzt mal an die Preise, ja, an den Zapfsäulen sich jetzt da mal umschaut, also die steigen und steigen, Tendenz wirklich nach oben. Und eben, um da ein bisschen einsparen zu können, ist es natürlich ein Thema, Spritsparen zu fahren. Das heißt, langsamer. Vielleicht, ja, wenn die Ampel schon rot ist, da jetzt nicht irgendwie noch ein bisschen Gas geben, um als erster vorne an der Ampel zu sein. Also das sind alles Sachen, die macht man vielleicht mal unterbewusst, weil man das eben vom Fahrstil her so gewöhnt ist. Aber da bietet sich wirklich an, ein bisschen mehr zu relaxen und eben auch das Autofahren und den dazugehörigen Sprit eben zu sparen. Ja, eine Sache, an die vielleicht nicht so viele denken, ist das Ladegewicht des Autos. Also es gibt ja Personen, die irgendwie immer das komplette Auto vollgepackt haben mit irgendwelchen Sachen. Also manchmal kommt es mir so vor, als wäre das ein extra Zimmer, das da irgendwie zur Verfügung steht. Oder weil man eben Dinge transportiert, die vielleicht nicht ausladen möchte. Also auf jeden Fall spart es Sprit, wenn das Fahrzeug leichter ist. Das heißt, benutze also dein Auto nicht als Sammelplatz für irgendwelche Dinge, die in der Wohnung oder in der Garage keinen Platz finden oder die du ewig hin und her schleppst, weil du es einfach nicht entsorgst. Also das Auto ist zum Fahren da und ist keine Laderampe. Deshalb achte auf das Gewicht deines Autos. Ja, und eine Sache, die ja jetzt wahrscheinlich mit dem nahenden Frühling und mit schönem Wetter einhergeht, ist das Autowaschen. Also ich sage jetzt nicht, wascht nicht euer Auto, aber es gibt ja tatsächlich Menschen, die vielleicht einmal wöchentlich oder vielleicht sogar zweimal wöchentlich zur Autowäsche fahren. Also rein schon aus umwelttechnischen Gründen ist das eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, eine Sauerei. Und also das ist wirklich eine Sache. Das muss nicht sein. Das ist irgendwie ein Hobby oder eine Beschäftigungsmaßnahme. Ich weiß es nicht. Aber versucht euch wirklich, die Autowäsche zu sparen. Dazu könntet ihr auch mal mein Video zur 752-Regel anschauen. Das sind die wöchentlichen Ausgaben, die wiederkehren. Und da könnt ihr euch ausrechnen, was würdet ihr euch denn sparen? Wie viel Geld würde da denn in zehn Jahren zusammenkommen? Ja, und jetzt kommt der Bonustipp, der eigentlich gar keiner ist. Und so habe ich ja das Video begonnen. Einfach weniger fahren. Also wenn es irgendwie geht, fahrt mit dem Fahrrad, mietet euch irgendwie einen Roller oder geht zu Fuß. Also es muss nicht immer das Auto sein. Man kann natürlich auch öffentliche Verkehrsmittel, soweit es geht, benutzen. Also werdet da vielleicht kreativ. Das heißt jetzt wirklich nicht, ja, gar nicht mehr zu fahren, aber einfach weniger vielleicht eine Fahrgemeinschaft bilden. Oder irgendwie, ja, sich zusammenzutun mit Nachbarn, mit Freunden. Also es muss nicht immer gefahren werden. Es ist auch wunderschön zu spazieren, zu joggen etc. Ist auf jeden Fall gut für die Umwelt und auch auf jeden Fall gut für euren Geldbeutel. Ja, das waren also meine fünf Tipps bzw. Reminder, um sparsam mobil zu bleiben. Schaut mal, ob ihr davon was umsetzen könnt, umsetzen möchtet. Und abonniert gerne den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Lasst mir auch ein Like da und ein Kommentar. Ich würde mich sehr darüber freuen, euch das nächste Mal wiederzusehen. Bis zum nächsten Mal und paradiesische Grüße. Bis zum nächsten Mal.